Sandmann ganz annulllich nur 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 nur-durla Diener-Nunni die ich bin lehrt zum Teil ich werde nur eine neue 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 nur nicht ist dann nur ein nun Null, 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 nul, null, 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 null. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und wir eröffnen heute unseren eigenen Nudel-Shop, wo wir halt Nudeln verkaufen. Und welchen Shop könnte man sich vorstellen, der besser ist als ein Shop voller Nudeln? Gar kein Shop. Ne, kein Job, kein Shop, kein Nix, nix da. Nudeln sind die Besten. Ich möchte hier anfangen, direkt. Okay, go, go, go. Also. Wo sind wir denn hier? Genau, nämlich haben wir hier Katas Nudelshop. Pass mal auf. Oh, ja. Komm mal mit. Ist das deiner? Das ist nur meiner. Hier steht's. Und was mit mir? Ja, ja, gut. Auf einmal steht hier Katas Nudelshop. Was ist denn hier los? Wo ist Epics Nudelshop? Du bist mit inklusive, weißt du? Ja. Aber warte, bin ich nur so ein Angestellter? Ja. Und du bist der Chef? Ja. Ach, Mann. Hallo, bester Chef aller Zeiten. Ja, das stimmt. So, auf jeden Fall müssen wir Nudelsuppen machen. Die machen wir mit Pilzchen. Und hier haben wir schon unsere Verkäufer, an denen wir halt die Pilzsuppen halt geben müssen. Das sind Nudelsuppen eigentlich. Das ist hier falsch. Und dann kriegen wir halt fünf Goldklumpen, wie sich das anhört. Okay, auf jeden Fall müssen wir uns jetzt darum kümmern, dass die Verkäufer halt hier ihre Nudelsuppen bekommen. Deswegen gucken wir direkt mal in unserem Kühlschrank, ob da irgendwas drin ist. Das ist keine Nudelsuppe. Das ist auch keine. Das ist eine... Ich hab ne Melone bekommen. Ich hab ne Nudelsuppe. Oh, sehr leise. Ich will auch eine. Dann hol dir eine. Ich hab auch eine. Vor allem, wir können ja auch nochmal hier... Haben wir auch noch ein paar Nachbarn. Einmal haben wir hier Ashleys Herbe Goods. Okay. Hm, was verkauft sie? Sie verkauft Schüsseln. Ah, und sie verkauft auch Pilze. Also, das ist natürlich was Gutes. Dann würde ich sagen, wir holen uns direkt mal eine Schüssel. Einmal einen braunen Pilz. Und einmal einen roten Pilz. Guck mal. Ja. Willst du denn die Suppe machen? Ja. Zack, zack, zack. Oh, danke schön. Okay, okay. Dann nehmen wir einfach die Schüssel, zack. Und den Pilz drüber. Und den Pilz auch drüber. Nice. Guck mal, Kater. Bitteschön. Und? Nice. Eine rechte Suppe für dich. Warte, dann gebe ich das gleich mal dem nächsten. Und du kannst ja auch schon mal schauen, was bei dem anderen Shop hier ist. Ich gebe... Stimmt. Oh, es sind voll viele Leute gegangen. Oh nein, wo sind die denn hin? Weil wir sie nicht bedient haben, Kater. Oh je, wir müssen uns, glaube ich, wirklich beeilen. Stimmt. Der will noch eine Nudelsuppe. Ja, ich muss Nudelsuppe machen. Ja, ich muss mich beeilen. Schnell. Wir brauchen Geld. Schau mal hier bei den Nachbarn. Die haben so eine Schmiede. Zwei. Und wir können einfach für zehn Gold, wir können einfach für zehn Gold, naja, ein Schwert bei dem kaufen. Oh, aber für was brauchen wir das? Ich weiß es nicht. Und hier können wir für drei Kohle, können wir einen Gold Nugget kaufen. Also wir könnten auch Kohle verkaufen. Und für 20 Gold Nuggets würden wir einen Iron Helm bekommen. Und für 40 eine Iron Chestplate und eine Hose und Schuhe. Und einen Diamant Helm für 30. Was ist denn hier los? Oh, das ist mega nice, oder eigentlich? Stimmt. Aber dafür brauchen wir richtig viel Gold, Kater. Hier irgendwie wollen die Verkäufer richtig viele Nudelsuppen haben. Ich habe mir gerade, was ich gemacht habe. Ich habe denen ein bisschen Gold geklaut. Guck mal. Wie jetzt? Oh, was? Was war da in der Küste drin? Okay, aber psch. Ja, das sagen wir gar keinem. Okay, warte. Ich gucke mir das auch mal gerade mal an. Und willst du vielleicht noch ein paar Nullsuppen machen und neu erkaufen? Ich weiß nicht. Wir haben hier auch noch mal... Oh, was ist denn hier oben? Hm, nichts. Hm, zack. Nichts zum Klauen. Und es wird auch schon dunkel. Hallo. Dave. Oh, die reden aber viel. So, hier gibt es wirklich ja auch nur Kohle. Hm. Kann man sich Sachen kaufen? Ja, auf jeden Fall könnte man sich ausrüsten und mit unserem, naja, mit unserem Job können wir halt dann ja Geld verdienen und uns dann wirklich auch so ausrüsten. Und wir haben hier hinten auch noch eine Sache. Da würde ich auch direkt mal dann hingehen, wenn wir halt noch unsere... Oh, wir haben so viele Kunden. Die müssen wir bedienen. Ja? Ja, ich habe ganz viele Suppen gleich. Und zack und zack. Moment, Moment. Ich mache auch gerade welche. Ich hole auch noch mal welche. Guck mal. Bitteschön, bitteschön, bitteschön und bitteschön. Dank. Oh, ja. Das ist doch richtig viele. Pff. Schnell. Die hast du gemacht? Nicht das die Putzen weggehen. So, warte mal. Ich hole auch noch mal ein paar Schüsseln. Und? Es sind noch viele da. Schnell. Ja, warte. Ich bei mich. Go, 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 go. Ich lege dir hier ein Geschenk hin, okay? Was ist denn für ein Geschenk? Ja, das ist eine Überraschung für dich. Das kommt jetzt. Okay, ich habe jetzt auch noch mal... Oh, ich habe so viele Nudelsuppen. Okay, okay. Ich beeile mich. Schnell. Warte mal, wer hat denn noch nichts? Der da hinten. Hallo. So, sie bekommen eine Nudelsuppe. Oh, danke. Dankeschön für ihr Geld. Sie bekommen eine Nudelsuppe. Dankeschön, dankeschön. Warte, ich kenne den, dass die nicht weggehen. Sie bekommen auch eine Nudelsuppe. Der will noch eine. Geben wir eben so viele. Ja, der will... Sehr gut. Jeder will hier eine Nudelsuppe haben. Wir haben so viel Gold. Wir haben so viel Gold. Das ist so krass. Das ist so cool. Und guck mal, Katja, die Spitzhacke, die wir haben, die kann Kohl-Org kaputt machen. Also, vielleicht können wir sogar, naja, Kohlefarben gehen. Was will denn der hier? Der will nicht nur eine irgendwie... Wie viel denn dann? Ich weiß nicht. Guck mal hier. Ich gebe dir mal eine Pilsuppe. Der will, glaube ich, gar keine mehr. Kann das sein? Ne, Moment mal. Der will zwei. Na, aber ich habe auch schon zwei bekommen. Hier, guck mal. Habe ich auch schon versucht. Der will keine. Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht will der gar nichts mehr haben. Es kann auch sein. Ich weiß nicht. Und es ist auch schon richtig dunkel, dass überhaupt noch Leute da sind. Stimmt. Hast du mein Geschenk aufgesammelt, Katja? Äh, wo... Nee, eigentlich nicht. Die Cookies. Die Cookies. Ja, ich habe es gerade gesehen. Nice. Und ich glaube, die Leute sind gerade gegangen. Es kommen direkt schon neue. Was ist denn hier los? Dann würde ich sagen... Warte mal, ich kann dir mal ein bisschen Gold geben. Guck mal. Äh, ja. 20, bitteschön. Dankeschön. Mich würde echt interessieren, wo wir Kohle finden. Na ja, dass wir die abbauen können. Warte, was abbauen? Na ja, ich meine, mit der Spitzhocke können wir Kohle abbauen und die auch verkaufen. Ach, stimmt. Okay. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir das machen sollen. Ja, vielleicht in einer Höhle oder so. Stimmt. Aber wo ist denn hier eine Höhle? Hm, ich weiß nicht. Wir können ja gleich mal schauen gehen. Ich mache hier noch ein paar Nudelsuppen, dass wir auch ein bisschen Geld haben. Oh, sehr gut. Das ist so nice. So ein eigener Nudelshop. Das ist richtig cool. Ach. Das ist mir aufs Leib geschrieben. So, wollen wir direkt da hingehen? Okay, mal schauen, was hier ist. Hier war auf jeden Fall vielleicht auch mal ein Shop oder so. Das kann sein. Warte mal, hier ist eine Tour. Was macht die denn da? Können wir die... Können wir das hier abbauen? Warte, ich helfe dir. Und? Was ist da drin? Ein Steinschwert und Brot. Ganz viel Brot. Ich will auch ein Brot. Ja. Hast du mal eins bekommen? Sehr gut. Ja, ich habe es bekommen. Nice. So, mal schauen, was hier noch drunter ist. Ist hier noch was versteckt? Ich weiß es nicht. Oh, Moment mal. Ich glaube... Guck mal hier, Kater. Hier ist ein Button. Oh, und hier ist eine Redstone-Schaltung. Warte, irgendwas macht das auf. Wollen wir draufklicken? Warte, geh du mal ein bisschen weg und schau mal, was der macht. Okay, pass auf. Und... Zack. Ich glaube, es geht hier nur das Redstone anmachen. Und ich hatte gerade richtig Angst, dass das irgendwie was zerstört hier oder so. Oh, gerade sind ja gar keine, naja, Kunden da vielleicht. Warum nicht? Ich weiß nicht. Wollen wir uns noch ein bisschen umschauen dann hier in der Gegend? Stimmt, das ist eine gute Idee. Oh, guck mal, da hinten ist auch noch was. Oh, was ist das denn? Ist das auch wieder so eine Ruine? Ich weiß nicht. Schau mal, wo der Weg hier hingeht. Guck mal hier. Oh je, das ist aber ganz schön dunkel. Da ist Kohle. Und wir können Kohle abbauen. Oh, ist sehr nice. Und? Das ist cool. Haben wir hier noch was? Ich habe eine Kohle. Da ist noch eine Kohle. Hilf, ich hänge hier drinnen in den Spinnwegen. Pass auf. Da ist noch eine Kohle. Du musst mich hier rausziehen, bitte. Und... Zack. Und? Kommt die immer da wieder? Das stimmt. Wir können hier für immer Kohle abbauen. Das ist ja mega nice. Guck mal, da hast du noch eine. Oh, nice. Mega geil. Warte mal, ich glaube, wir können einen Kohleblock verkaufen. Wollen wir einfach mal bis neun Kohle, naja, uns die abfahren? Ja, warte. Ich habe bis jetzt schon sechs. Dass du Bescheid weißt. Ich habe einen. Äh, dann machen wir das an der, äh, Worldbench, will ich sagen. Und, ey. Oh, du bist auch im Spinnwegen. Schon wieder. Eeeh, ekelhaft. Oh. Aber was war das da hinten für ein Gebäude eigentlich? Meinst du hier hinten? Ja. Wollen wir da auch noch hin? Ja. Okay, dann gehen wir da auch noch hin. Hoffentlich sind gerade keine Kunden da. Ja, auf jeden Fall. Oh, was ist das? Oh, ich, warte mal. Moment mal. Es geht hier runter. Wollen wir da runter? Oh, wow. Oh, oh. Ich habe richtig Angst. Kaja, wenn uns da was erschreckt oder so. Äh, tschüss. Da ist ne Truhe. Da ist ne Truhe. Moment mal. Ist da ne Truhe? Da ist ne. Oh, das ist da. Warte, ich habe die Truhe. Hier ist Kohle drin. Und Mushrooms. Hier ist so ein Knopf. Ich komme zu dir. Ich habe keine Ahnung, ob ich den drücken soll. Oh, das sieht richtig unheimlich aus. Warte, warte. Ich gehe hier oben hin. Okay. Drück den mal. Warte. Ich habe ne Idee. Hier bin ich sicher. Oh. Hilfe. Ich bin gar nicht sicher. Kata, Hilfe. Wie ist das? Du sagst. Wir haben ein Schwert. Wir haben doch ein Schwert, oder? Nein, ich habe kein Schwert. Du warte. Hilfe. Das sind so viele. Das sind so viele. Ach. Geh da weg. Oh Gott. Ich bin gleich dauernd, Kata. Äh. Nein. Ich bin hier nicht. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Ich habe ein Leben, Kata. Ich habe ein Leben. Die jetzt. Ja, dann geh weg. Ja, ich kann nicht weg. Die kommen hier hinterher. Nein, geh doch hoch. Und ich bin... Ich bin auch gleich tot. Ich kann ja auch nicht hoch. Ich bin down. Ich habe zwei Leben. Das schaffst du. Aua. Aua. Au. Ich bin tot. Ich glaube, wir hätten uns ein bisschen besser ausrüsten sollen, aber das konnten wir ja nicht wissen. Das stimmt. Aber was bringen uns denn die Silberfüschlis? Ich weiß es nicht. Vielleicht ging es da noch weiter oder so. Oh, das kann sein. Auf jeden Fall. Hier haben wir noch Kunden. Moment. Ja. Ich habe Kohle. Du hast ja aufgesammelt. Stimmt, ja. Ich mache direkt mal einen Kohleblock. Sehr gut. Und willst du hier nochmal zwei Leute, naja, bedienen, sag ich mal? Ja, sehr gerne. So, bitteschön, der Herr. Oh, wait. Ich glaube, wir brauchen gar keinen Kohleblock. Wir brauchen nur Kohle, oder? Äh, also hier können wir auf jeden Fall drei Kohle gegen einen Gold klumpen. Hm, und sonst gibt es hier nichts. Und der Dave, der hat auch nichts. Ja, wow. Da hätte ich ja... Ja, gut. Ich glaube, aber das konntest du wieder zurück, Craft. Natürlich. So, dann haben wir jetzt 15 Kohle und wir haben jetzt einen Goldklumpen davon bekommen. Nice. Nice. Okay. Ich mache gerade noch ein paar Süppchen. Zack. Das ist gut. Und vielleicht ist auch noch hier irgendwo in die Richtung. Guck mal, hier ist sogar so ein kleiner... Oh, das ist voll süß. So ein kleiner Übergang. Oh, warte. Ich komme gleich. Ich muss hier noch Sachen machen. Ja, bitte. Ich mache hier noch lecker Süppchen. Hallo. Guck mal hier. Das ist cool. Aber wofür die Brücke hin? Äh, ja, eigentlich nirgendwo hin. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist hier hinten noch was. Stimmt. Hier ist noch Kohle. Meine. Wo? Zack, zack, zack. Nice. Die gehört mir ganz alleine, Kater. Und hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr. Hier ist nur... Oh, warte. Da hinten ist noch was. Ja, wo? Ich komme zu dir. Moment mal. Hier ist Baumhaus. Das ist ein Baumhaus. Was? Das ist ja richtig cool. Hier ist auch was. Hier sind Goldklumpen. Und... Ich habe auch Goldklumpen. Ich habe gar nichts bekommen. Oh, nein. Aber warte, da hinten ist auch noch was. Wir gucken da auch noch mal. Ist was im Ofen drin? Nein. Oh. Aber hier ist auch noch was. Guck mal. Oh, ich sehe es. Willst du als erstes hoch? Oder? Ich bin gleich schon oben. Ich komme hier gar nicht weiter. Oh, hier ist das Downpick-Ex. Oh. Äh, warte. Ja, guck mal. Also, du kannst über die Bäume springen, Kater. Ach, egal. Okay, pass auf. Hier ist auf jeden Fall eine Spitzhacke drin. Die kann auch, naja, Kohle abbauen. Aber die ist ein bisschen besser. Die ist aus Stein. Und halt, naja, da war noch ein bisschen Geld drin. Das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir haben jetzt die ganze Map sogar hier erkundet. Das kann sein. Aber... Ich mache jetzt auf jeden Fall noch ein paar Süppchen. Mega nice. Ich bin auch gespannt, was in diesem einen Dungeon da unten drin ist. Stimmt. Außer die Silberfläche, dies. Oh, ja. Und ich glaube, hier auf der anderen Seite kann man auch noch hin. Aber wir haben ja auch noch Kunden. Die warten die ganze Zeit. Und die Arme. Wir bedienen die gar nicht. Ach, Mann. So, ich gehe mal direkt ein paar Kunden bedienen. So, ich bin auch schon gerade dabei. Bitteschön, der Herr. Und er will auch noch mal ein Süppchen. Und sehr gut. Bitteschön. Okay. Ich habe jetzt... Ich habe 60 Gold-Kater. Se... Was? Ja. Von den Dings noch bestimmt. Von dem Baumhaus und so. Krass. Oh, wer weiß, hä? Okay. Du hast gut gearbeitet. Ähm, was hast du denn für ein Schwert, Kater? Ähm, ich habe ein Steinschwert. Und du? Du hast gar keinen Scare. Ja, jetzt habe ich ein Holzschwert. Das ist auch nicht schlecht. Okay, wir könnten uns auch Pfeil und Bogen kaufen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe hier auch noch 41 jetzt. 41 Gold. Okay, Kater. Ich kaufe mal für uns Rüstung, okay? Ja, gerne. Okay, ich konnte... Guck mal. Ich konnte mir leider nur für uns beide, naja, einen Helm leisten. Guck mal. Ich gebe dir mal mein Gold noch. Oh, was so. Aber vielleicht sollten wir noch ein bisschen, naja, aufheben für, äh, Süppchen. Ich kann auch noch ein Süppchen machen. Zack und zack. Zack und zack. Süppchen, Süppchen, Süppchen. Vielen Dank für die Brustplatte. Ja, gerne. Sehr gut. Guck mal, Kater. Ich habe alles für uns. Echt? Ja. Warte, ich habe hier noch ein paar Kunden. Moment. Zack. Oh, sehr gut. Zack, zack. Und hier und hier. Zack, liegt alles hinter dir. Moment. Ja. Dankeschön. Wow, das ist ja richtig nice. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, mit der Ausrüstung können wir auch wieder, naja, runter zu den Silberfischlis, oder? Stimmt, das machen wir direkt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie viel Gold hast du denn jetzt? Äh, Moment. Ich will hier die noch bedienen. Ich habe jetzt 25. Oh, sehr gut. Und, ähm, alle Pilzsuppen sind jetzt weg. Und ich ziehe jetzt die Rüstung an und dann sage ich mal, let's go. Oh, ich bin so, so, so gespannt. Vielleicht geht es da unten noch weiter oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, wer weiß. Mal schauen. Okay. Und vor allem, ich habe nur noch Holzschwert übrigens. Ach, Mann. Warte, echt? Aber ich glaube, das passt schon. Ich meine, du hast ein gutes Steinschwert. Ich glaube, das passt dann echt schon. Wir haben ja auch gute Rüstung. Ja, du musst vorlaufen. Okay, mache ich. Sind die noch da, die Silberfischlis? Ich glaube nicht mehr, oder? Hallo? Äh, nein. Aua. Okay. Okay, warte, warte. Oh, let's go. Schnell. Aua. Oh Gott, das sind aber auch so viele. Aber vielleicht kriegt man nur Erfahrung irgendwie dadurch. Ich weiß nicht. Das kann sein. Oh, ich habe auch noch einen Goldapfel. Also wer braucht... Eine Goldapfel? Ja, der war in einem Baumhaus. Oh, sehr nice. Zack, zack. Ja, Tatsache. Das bringt nur Erfahrung? Ja. Wow. Moment mal. Das ist kopf. Das ist ein Button. Da geht es weiter. Was ist da drin? Das ist selber Fischlis. Achtung, Kata. Ich hole doch alles raus. Nein, ich helfe. Oh. Oh, die knabbern mich die ganze Zeit an. Auffassen. Und? Aua. Das war es hier. Was war denn da jetzt alles drin? Kohle. Jetzt kommen noch mehr. Kohle und, äh, ja, ganz viel. Oh, sehr nice. Nice. Und jetzt kommen wir auch wieder nach oben. Schau mal, Kata. Ach, stimmt. Tatsächlich. Sehr nice. Und zack. Und zack. Okay, aber ich glaube, Katas Nudelshop, der wird auf jeden Fall weiterhin gut laufen. Äh, inklusive Epic-Stun. Warte mal. Ich muss hier ganz kurz mal was ändern, Kata. Das kann ja nicht so weitergehen. Epic-Stunz-Nudelshop. Schau. So. Ich bin ja auch Besitzer davon. Okay. Sophie. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Nudel, 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 Nudel. Kata, ich muss, ich muss dir jetzt was sagen, okay? Ja? Das ist jetzt sehr wichtig, okay? Ja? Schau mal in die Augen. Ja. Du bist eine Nudel.